Hey, Anthony! Gah, 700 noch! Oh, heute ist wohl Sonntag. Ja, heute ist Samstag. Ups. Ähm... Das war's, mir seh ich nicht. Äh... Puh... Mehr hab ich nicht gesehen. Nochmal. Neuer Versuch. Gut, ist hier gar nix. Bin ich so blind, wirklich? Hä, die sehen doch verdammt gleich aus. Hä? Das war das einzige, was anders... Ne, da oben. Ne, doch nicht. Gut, ähm... Ja. Bin gut da drin. Ich hab nur einmal gedrückt, ja? Ähm... Puh... Das ist dasselbe! Ah, ich kann die Dinger auch drehen! Sag das doch einer! Nicht, dass mir das irgendwas bringt. Das sieht trotzdem alles gleich aus. Ne, warte. Sieht scheiße gleich aus. Jetzt hab ich das so gedrückt, dass ich's nicht mehr gerade wieder hinkrieg. Ähm, hallo? 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 Mhm. Okay. Ähm... Yeah! Guck mal, hätte ich das Drehen jetzt nicht erfahren, hätte ich das jetzt schon nicht hinbekommen. Ich kann die Dinger also drehen. Äh, schön zu wissen. Man sollte sich vielleicht auch mal durchlesen, was da unten steht. Heute ist Samstag, heute ist da nix. Ähm... Ups! So, was brauche ich? Ach ja, hatte ich ja schon gesehen. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm, dumm. Ich wollte ja mal gucken. Und... Hier war das Loch. Konnte ich die nicht hier jetzt herstellen? Nein, mein Inventar ist voll! Ach ja. Hm... Ich, äh... Krieg ich meine Bronzesrohre jetzt nicht? Ach doch, da muss ich denn also wieder durchlaufen. Okay, das macht natürlich Sinn. Ähm... Davon habe ich einen, davon habe ich was. Pfff... 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 Irgendwann so Tees. Irgendwann. Glaube ich dran. Dass ich es irgendwann schaffen werde. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ähm... Ah, das habe ich irgendwo gehabt. Nein, warte, das war eindeutig falsch. Ähm... Warte mal, ich nehme dich und dich mal mit. Weil die Sachen will ich eigentlich Dream drin haben. So wie dich. Dann packe ich, äh... Dich hier rein. Slime kann ich hier reinpacken. Und, ähm... Den Motor. So... Hier kommst du natürlich rein. Du kommst rein. Was habe ich denn noch so? Oh, guck mal was ich hier habe. Was sehen meine... So, ähm... Alles was essbar ist. Du kannst da rein. Äh... Und der Apfel kann auch rein. Und Milch ist da noch nicht drin. Ich hatte doch aber auch schon Milch. Ich will ihn nachher gleich mal drinne gucken. So... Warte. Du kommst da rein. Die habe ich nämlich auch schon hier drinne. Äh... Guck mal, Flügel habe ich da auch schon drinne. Guck mal, Flügel habe ich da auch schon drinne. Äh... Was sehe ich denn noch? Ich hasse den Winter. Wie viel kostet die nächste Reihe? 1.300 ist voll teuer. Nein. Nur vorsichtig selber. Ähm... Leerräume will ich trotzdem noch. Die kann ich hier eigentlich auch reinpacken. Die brauche ich hier auch gerade nicht. Und dann gehe ich mal ganz kurz wieder da lang. Irgendwann kriege ich eine super Monster-Tour, wo alles reinpasst. Ah, ich habe da gar keinen Platz mehr drinne. Aber... Was ich gerade gesehen habe, ist... Zine können hier raus. Die habe ich da nämlich auch. So. Zine. Ist da die Papaya? Ist Papaya da auch drinne? Da müsste ich hier auch irgendwo noch eine rumfliegen haben. Ach, da ist auch noch Platz. Gut. Ähm... Was werfe ich denn da rein? Hm... Hm... Wie ist ein blaues Leder? So. Mach ich da... Mach ich... Mach ich... Trotz dich nachher, dich nachher, dich nachher. Ähm... Ziegelsteine brauche ich nicht mit mir rumschleppen. Und was noch? Fell habe ich glaube ich auch irgendwo. So. Inventar ist so das Schlimmste überhaupt. So, warte. Immer wenn ich, äh, dran denken muss, dass ich vorher ja nur so drei Reihen hatte, ne? Das wäre mittlerweile unmöglich für mich. Das hätte ich nie überlebt mit nur drei Reihen. Ähm... Sand? Wo habe ich denn das Sand jetzt? Also hier habe ich erstmal das Fell. Sand ist nicht hier drinne. Ach, da ist noch Emilys Eim, aber warum auch immer der hier drinne ist. Und nicht in mein Inventar, damit ich ihn zurückbringen kann. Gut, das kommt auch dann wieder in mein Inventar. Den muss ich ja noch wegbringen. Ähm... Was kann dann dafür rein? Dich. Aber ich freue auch nicht. So. Wo ist denn mein ganzes Sand? Mein ganzer Sand? Das kann doch nicht alles weg sein. Oder ist das in einer großen Kiste? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ähm... Ja, ich lasse mir mal so. Hier habe ich auch alles doppelt und dreifach drinne. Also in der und in der anderen Kiste. Aber irgendwo sind da auch... Genau die. Und... Das. Und... Milch ist da auch. Da wäre auch ein Apfel gewesen. Das ist mir jetzt aber egal. Ähm... Was machst du? Machst du... Verteidigung, sowas marginale. Ausdauer. Guck mal, das versteckt die Ausdauer. Das kann ich irgendwann benutzen, dann ist das auch weg. Und dann kann ich da wieder zwei Sachen reinpacken. Die Papaya, das brauche ich ja eh. Die kann ich nicht mehr rumschleppen. Ähm... Das kann ich gleich mal aufstellen. Ähm... Nein. Ach, ist auch egal. Ich lasse das jetzt, glaube ich, erstmal so. Obwohl die Blutsteine kann ich einmal ganz kurz wieder reinlegen. Durch kann ich nach unten, damit ich das auch ständig vergesse. Wunderschön. Gut. Das wäre es dann auch mit, äh... Mit Bereinigung des Invenstars. Dann nehmen wir mal meinen... Und reiten. Los. War ich heute morgen unterwegs? War ich. Gut. Dann muss ich... Hier lang? Ah, nein. Okay, ich bin gefahren. Da komme ich aber nicht lang. Ich... 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 Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe. So, da war ich nicht lang. Dann gehen wir hier rein. Leser, öffne dich. Steht hier wieder Papaya? Nö. Ah, doch, da. Zehn brauche ich ja. Die hier einfach nur Sachen merchen. Also, es ist ja in ganz vielen Spielen so, dass Sachen... Oder auch in Filmen und Serien so... Dass man eigentlich nur Sachen mercht... Und dann halt es neue Sachen sind. Und... Ist halt so, ne? Was, hier lang? Ne, jetzt bin ich... Richtig. Hey. Ähm. Sei ein braves Pferd. Und bleib hier. Level 5 bis 18. Achso, ja, das geht ja aber. Ich habe nur überhaupt nichts zum Heilen und so mit. Aber hey, das geht ja. Habe ich viel zum Heilen mit? Ich glaube kaum was, ne? Eigentlich nur das. Okay. Was ist 15 und 18? 18 und 17? Ja, okay. Ich habe noch einen... Ich habe hier noch einen Skillpoint. Ich kann hier mal ganz kurz, äh... In... Verteidigung kommen. Aber der Endgegner wird wahrscheinlich wieder grausam. Stirb! Das eine auch eigentlich zur Zeit noch nicht einmal bis jetzt verfügbar war. Oder eine Knopf. Nein! Ein Gegner mit Fernkämpfwaffen. Wie unfair! Ups. Ich kriege auch keinen Bogen oder Magie oder eine Giftspritze oder sonstiges, was ihr alles habt. Denkt ihr nicht auch, dass es unfair ist? Hier auch alles einfach giftig ist. Auch wenn man so die Umgebung sieht, ist das auch kein Wunder. Aber trotzdem. Mal ruhig sind, okay, danke. Noch mehr Kisten? Ich bin halt Good Sky, ich kriege halt nicht allzu viel davon. Ach, sah so aus, als ob es nur welche sind. Ja, dann haben wir hier alles. Kisten sind hier auch keine mehr. Dann können wir ja weiter. Ich bin doch schon stark verletzt. Nein, nein! Wieso? Priorität sind gesetzt. Ja, gut. Ist okay, ist okay. Lass mich mal angreifen, während ich mit einer Kiste rumspiele. Vielleicht sollte ich doch erst alle Gegner töten, bevor ich mit Kisten rumspiele. Das war immer gerade so eine großartige Idee von mir. Ach, du bist gar nicht tot. Aber ich weiß ja auch, die sterben nicht mit 0%, da überleben die einfach mal. So. Ah, natürlich kann ich nicht vorbeispringen. So, weißt du? Dann kann ich ja jetzt Kisten öffnen gehen. Kisten, Kisten. Ich nehme Kisten. Noch mehr Kisten. Eine Feder! Wow! Habe ich auch nur jahrelang für gesucht. Aber jetzt gerade brauche ich dich nicht. Wer ist eigentlich Peach? Das sieht nur leicht gefährlich aus. Okay. Und Kisten geil. Das Problem ist halt, dass ich da auch so lange stehe. Und dann dessen... Ups. Ja. Genau so. Äh, ich hätte sogar Gegengefühl gehabt. Ich habe es nur einfach nicht mitgebracht. Ich will eigentlich, dass mich nur einer mal angreift. Ich will eigentlich, dass mich nur einer mal angreift. Was ist das wozu? Wie höchst du? Warum? Ich hätte es nicht! Ich würde sich verraten, ich hätte mirées au skincare. Und jetzt komm raus. Đây ist ja... Hier ist es ok. Ichzew ähnlich wie die Gegnern. So, da kommt noch mal so ein scheiß Fisch, der einen auch immer vergiftet, so weiß er, dass ich weiß. Ich hasse Gift. Und jetzt habe ich zwei mal Gift dabei. Aber ich hasse Gift. Ich bin dumm, dass ich das nicht irgendwie abbrechen kann. Das dauert immer ein bisschen lange. So, Ventil. Ich habe nicht die Hälfte meines Lebens. Ja, das ist gut so. Ventil brauchte ich ja auch. Hatte zwar schon zwei, aber jetzt habe ich halt drei. Kleiner Bastard. Wie die eben Gift rumspielen können. Ich möchte auch. Hier bin ich giftsicher. Okay, das ist unfair. Ich hänge hier fest und kann da gar nicht lang. Das hat mich umsonst da übertrücken lassen. Und da ist dieses Giftwasser. Das ist voll gemein. Ich hänge auch ein bisschen... Das Fleisch angeht mir die auch nicht gut dabei. Ich bin nicht in dieses Wasser. Überall hängen diese verdammten Waffen. Wenn ich mich daneben stelle, neben die Kiste, bin ich ja eigentlich geschützt vor den Dingern. Hätte ich vorher vielleicht auch tun sollen. Aber ist okay. Ups. Weiter Knopf. Natürlich. Ha! Lässt mich nicht immer treffen. ist das dein ernst ich bin dafür wir können alle freunde sein und ein scheiß kreis und eine kupferschule